Ich habe aus Versehen. Tu doch nicht, nein. Ach die. Spacken. Zack, das ist wieder so eine Waffe für mich. Ja. Beide springen gleichzeitig hoch. Ja, dann springen wir einfach gegnerinander, ist gut, ne? Bringt der Asch das noch runter. Tschüss. Tschüss. Ja, schatz. Ja, ja. Klar. Mit Tf. Alter. Tipp doch mal. Oh Gott, hier ist ja mit Mike. Wer? Der habe ich gestern alleine abgezogen. Ja. Kannst du wenigstens phasen hier. Oh. Ja. Jawoll. Einer von euch muss alle töten können. Dankeschön. Ja. Die Psycho musst du doch kriegen können, oder? Nicht. Das ist so ein Haarschein. Lass schon mal den Namen Centus drüber holen. Nein, mach weiter. YOLO. YOLO. Halt's den Maul. Ja, dann. YOLO Modus würde ich sagen, ne? Komm her. YOLO Modus. Was der erstmal gewonnen tut? Klar. Ich sag YOLO Modus. Mach Centus immer. Mach Centus immer. Fries. Du kannst mir die Kugel nicht mal überall abprallen. Fries. Ach, komm her. Ja. Lass die Mannes weg töten. Ich glaube nicht. Ach ja. Schade. Auch die durchgeknallte Marauder. Und auch nicht. Und dann. Fries. Ich hab gleich keine Pistolen-Mutition. Okay. Na? Möschst du noch irgendwas haben? Ah, da ist er. Badass Psycho. Hier, friss die Nachte. Wo ist der Kopf? Und weg ist er. Egal, einfach reinhalten. So. Oh. Oh. Warte. Ich hab glaub ich noch ne SMG oder so. Irgendwo grad bekommen, oder? Ich müsste. Ich hab auch noch ne SMG dabei. Ja, ich hab so ne. Garn schlechte SMG. Egal. Ich hab auch noch ne SMG dabei. Ich hab auch noch ne SMG dabei. Ich hab auch noch ne SMG dabei. Warte. Und? Ich hab ne Schock-SMG noch dabei. Sicherungskasten. Der geht offen. Was denn? Nix. Alles gut. Ich hab nämlich mal so ein Snap auf den Typen geschossen. Weil ich muss jetzt mal alles hin. Ja, weil ich 6 Klamsen-Moz oder so dabei hab. Oh, das kannst du verkaufen. Ja, und weil die Inventarplätze voll. Hä, wie wenig Inventarplatz hast du denn? Ja, ich... Okay, dann hast du schon mal was geholt? Ja, ich hab... Ich hab mich schon mal Dings geholt, oder so Upgrades dafür, aber... War kein Inventarplatz wahrscheinlich. Ja, hab ich. Ich hab dich. Der Maul. Fries. Fries die Scheiße. Tschüss. Mach mal weg mit denen, ne? Ach komm ey. Komm den Bloser schaffst du doch alter. Tschüss. Klar. Ich muss ja den Waffen wechseln. Oh. Werden wir alle wie die Ratten. Ja. Wenn ihr so unglaublich low seid, ne? Wer? War du? Bis aus dem Sack, ne? Schieß doch da drauf. Jetzt da waren selbst noch zwischen direkt neben mir. Ach, ihr frisst. Kann ihr mal stehen? Ja, fliegen mal. Ja, genau. Hast du gut gemacht. Die will ich. Die will ich. Die will ich. Die will ich. Ah, du bist so ein Ficker, ne? Ich hab dich wieder belegen, weil mir einfach abgebrochen wird. Ja, weil er sich bewegt hat, ne? Hoffentlich zu bewegen. Ach ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Und durch. Mach mal voll weit laufen wieder. Ja, merk ich schon. Ja, wir haben den, wir haben den untere Quester fertig gemacht. Aber jetzt wo ich eine aktiviert hab, weil ich wusste wo wir langen müssen. Ja, ja. Komm. Da stirbt man. Na, die geht immer noch nicht offen. Warum erst den scheiß Schlüssel? Hm. Okay. Na, du musst auch in meinen Knast reingehen und das Ding aktivieren. Ich hole doch. Ich hole das Ding aktivieren. Da unten im Knast ist doch so ne... Kacke. So ne Kacke? Jodo. Hm. Ich zu. Ups. Jo. So. Wo sind die Sicherungen? Äh. Es geht nicht weiter. Ich hab ne Ahnung. Hä, vielleicht wo bist du. Hä? Achso ihr kennt das nicht, ne? Was ist denn? Ihr müsst über die Rohre springen. Zentus ist schon da oben. Du musst über die Rohre jetzt hier wo ich bin drauf. Wo ist die Leiter? Hinten. Hm. Hm. Und dann müssen wir hier rein. Und wenn wir die Sicherungen aktiviert haben, kriegen wir da unten die Kiste. Ah, die Helle Waffenkiste. Ja. Genau wo du vorstehst, aber es fehlen zwei Stück noch. Ich weiß. Sicherungen, sagst du? Ja, oder Codes aktivieren, wie ich da unten diese Fünfer-Reihe da gemacht habe. Das ist ein Schalter, oder wie? Hm. Hä? Was? Äh, hier ist ein Klo. Das kann man aufmachen. Okay, das war's nicht. Äh, hier sind Lichter drinne. Da oben an der Wand. Ja, das ist nicht. Bringen die irgendwas? Nein, die nicht. Hey, lass mich durch das Loch durch. Hm. Lass mich durch das Loch durch. Wo ist denn hier in das Loch drin? Ich weiß nicht mehr wo die sind. Vielleicht. Fuck die nice. Hau ich die halt. Ja, vielleicht die 300er Sniper brauchst du doch bestimmt nicht, oder? Kriegst du aber nicht. Haha, falls du doch auf ihn aus willst. Ja, aber ich hab die ganzen Skills dafür. Das ist halt da. Bauchen! Bauchen! Der hat so ein bisschen durch die Gegend geflogen. Maul! Maul! Schnauze! Schnauze! Ja, die hat aber null Effekt, ne? Die hat nur 332 Schaden, ne? Ja. Ja, ist mir egal. Das meine ich jetzt gar auch nicht. Wenn du noch eine zweite gute SMG hast. Ja, aber ich hab noch eine. Wie viel habt deine SMG jetzt? Äh, 34 oder so hat. 34. Ich hab zwei mit 60. 29. 29. Hm-hm. Liegt's vor dir. Warte, dann kriegst du. Ja. Munition! Hier in dir. Nee, gefeuer. Nice. Oh, sogar ne Schock. Schock, 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 Schock. Äh, hat sie nicht Schockschaden auch, die Sniper? Nein, der hat gesagt nix. Kann man verkaufen Sachen. Die Scheiße sind. Ah, immer auffordern, ne? Ja, bestimmt für 2.000, da kriegts jetzt leider. Voila! 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 Ah, guck mal, 59.000 Granaten-Mods. Brauch ich nicht, brauch ich nicht. Das ist so scheiße wieder gar. Hm-hm. 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 Ja, passt so. Hm. Oh, ich bräuchte noch einen. Komm, 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 Ja, wollte ich grad sagen, wir sollen dich nicht erstmal noch rein. Naja, findest du bestimmt irgendwo hier. Ja, ja, ich hab auch, äh, da steht ein Automat oder so. Eridium. Eridium. Hier ist auch ein Ding, wo es uns gewesen wäre. Oh, 2400, sehr geil. Oh, nein, wer will, wer hat noch nicht? Ich will nicht. Mach ne Witz. Mach nicht. Das ist gar super 10. Wirklich gesagt. Gehört One-Hit, ähm. Da, nimm Granate. Die kleinen Scheizer sind aber dafür noch da. Komm, ne Granate. Ja, Granate. Na klar, ich aktiviere. Hey, die Granate kann den Constructor nicht kaputt machen. Der Constructor wird jetzt aktiviert. Ich hab da den Kiki gemacht. Okay. Ah, Raketenwerfer. Das ist ein Badass. So, Raketenwerfer. Oh, da war ein XP-Loader direkt vor mir. Ups. So, pfeffert. Ich hab grad... So, fick dich hier. Ich glaub, das Ding ist gerade kaputt. Ja, ist es. Ein Jetloader. Jawoll. Danke. Ja, jetzt meinst du mitnehmen. Ja, jetzt wollen wir wegheeren. Wissen. Du kannst gerne die Billigwaffen haben. Die dabei entstanden sind. Pff, Billigwaffen. Ja, ich kann's... Hier, Centros. Das sind meine Waffen, die ich mithab. Die ich davon bekomme. Hier. Ja. Du meinst, du willst Schrott aufsammeln? Bitte. Warte. Ja, siehst du. Ich kann 27 Waffen mit mir tragen. Also. Ganz so viel kann ich doch nicht. Ja, ich hab mal vorher... Ist auch schlecht. Ja, wenn ich 70 Hiridium habe, ne? Ich glaub, ich hab 18 davon, äh... 18 Plätze. Wird das alles auszugeben, ne? Nö, brauchen wir noch nicht. Ich hab super viel SMG-Space, obwohl ich Sniper bin. Au! Ach, komm. Ach, Rick, du hast. Ach, ernsthaft. Wow. Guck mal, was wir hier drin haben. Nix. Was? Ja, macht euch weiter. Ist schön, hier. Ja, kommst du klar, oder? Hier ist ein Auto drauf. Hier bei mir ist ein Marauder. Ja. Oh, okay. Naja, alles gut. Oh. Das war nicht lustig. Was der veranstaltet hat. Aua. Hört auf mir bitte tun. Ach komm. Ernsthaft. Ähm, vielleicht soll ich hier helfen? Komm. Ja, wär so sinnvoll, ne? Ja, ich kann den nicht hinterher. Oh, ne. Kein Bock. Das ist mit einer Panzerforce komm ich mit dem nicht hinterher. Ja, das Auto hier plündernd. Ja. No scope. Ha ha ha. Habt schon mal Panzerfaust bereit. Jet. Ah ne, das ist der Warlord. Ich muss irgendwie den gar nicht töten. Aua. Feins. Oh yeah, Säure SMG. Fick dich. Fick dir. Hier, Fries. 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 Er ist down. Er ist down. Ah, nehmen wir wieder den Kern mit. Tschüss. Er hält doch nicht. Der ist doch nicht down. Ach, er sehnt sich ja Frieden. Frieden. Ja, mhm. Boah, diese scheiß Dinger, ne? Ja, die nerven so. Ja, du Schildboot. Hab mal kein Schild, ist in Ordnung. Ja, jetzt hat er gleich kein Schild mehr jetzt. Warte, und tschüss. Ah, der zweite hat auch kein Schild mehr. Wo sei denn? Tschüss. Finde Radio. Finde Radio? Ja. Voice Radio. Rienternis Radio. Radio Santuari sein. Lalo, lalo, lalo. Wo du da hinläufst? Das ist doch. Wenn das senden mag, aber ich waffe wechseln. Neu doch. Ach, scheiße. Kommt, hallo. Wo kommt man denn hier schnellreisen? Aber wir müssen ja wieder Santu aufnehmen. Ja, ja, ja. Man kommt doch da hinten, wo wir den fetten Constructor kaputt gemacht haben. Ja, da hinten haben wir doch den Constructor kaputt gemacht, der kommt auch schnellreisen. Wir können auch hier durchgehen. Ich glaub das wär kürzer, aber. Wir gehen... Erstmal nen Automaten. Immer einkaufen hier. Ja, nimm mal den hier. Wir kommen in meinem bescheidenen Laden. In seinem bescheidenen Laden. In seinem beschissenen Laden. Achso. Boleh. Ich bin nicht verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtig... Der Tod aufkriegelein. Man sieht sich. Wenn du leben bist, kauf von mir ein Monikio kaufen. Aha. Gesundheit. Wo ein sein? Bitte. Nein, wir gehen jetzt extra andersrum, dass wir vielleicht Glück haben und die Schalter nochmal zwischendurch finden. Wo können die denn rein? Weiß ich nicht. Die einen sind alle aktiviert worden. Ja. Die sind so beschissen hier. Waffen. 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 Ukraine-Style. Ja. Oh. Erstmal Headset leise drehen. Schlecht. Du machst das so zu laut. Es war nicht laut. Nein. Er war noch ein Schalter. Wo war ein Schalter? Er war nur angemalt. Ich schaufe.